1.370 Euro Altersrente nach 40 Jahren Arbeit, ist das wirklich viel? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wer in Deutschland 40 Jahre gearbeitet hat, bekommt im Schnitt 1.370 Euro Rente im Monat. Diese Zahl kommt nicht von mir, sondern die kommt aus einer Antwort, einer kleinen Anfrage der Linken vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die Unterschiede zwischen West und Ost oder Ost und West sind dabei natürlich wie immer erheblich. In den alten Bundesländern bekamen mit Stichtag 31.12.2021 1.423 Euro Altersrente bei 40 Jahren Arbeit und in den neuen Bundesländern lediglich 1.255 Euro. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie sich das mal so anhören und vergleichen zu dem, was man in Österreich als durchschnittliche Alterspension so bekommt, da liegt man ungefähr bei 2.000 Euro, dann kann man eigentlich nur sagen, dass nach 40 Jahren Arbeit hier in Deutschland eine Altersrente von aktuell 1.370 Euro wirklich zum Wegschämen ist. Und da sage ich, wie viele andere auch, das kann so nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Also, was wir brauchen sind armutsfeste Altersrenten und eine Mindestrente, die irgendwo im Bereich von 1.200 bis 1.300 Euro angesiedelt ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie, wie immer, auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.